Hey, ich bin Raoul Richter, Schauspieler bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und heute möchte ich dich auf eine coole Aktion hinweisen. Dabei geht es um deine Meinung. Ich weiß, dass du eine hast. Ich höre dich oft genug schimpfen, über fehlende Freiheiten, die Härte des Lebens und du fühlst dich hin und her geschubst? Meinst du auch, die da oben verschleudern die Kohle? Denkst du, das System sollte mal kräftig renoviert werden? Fühlst du dich im Stich gelassen? Quatsch nicht nur mich voll, sondern sag allen deine Meinung. Kurzum, hau sie raus, Mann! Ob als Rap, als Poetry Slam, als Rede, wie auch immer. Unser Du hast die Macht Rednerwettbewerb ermöglicht dir, Themen anzusprechen, die dich persönlich betreffen oder richtig ankotzen. Werde zum Sprachrohr der Nation und stehe für deine Idee ein. Lade deine Rede per Video hoch, überzeuge die Community und tritt beim Live-Finale auf der Ju 2010 in Berlin an. Erklimme den Redner-Olymp, gewinne die Speech-Trophy und erhalte diesen Preis. Also, ich will dich hören!